Hey Leute, Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate Klassisch Modus. Klassischer Modus, Classic Mode. Ich bin's, euer Gebirges. Heute im Programm... Fox. Abenteuer quer durchs All. Los geht's! Ja, ähm, zu Fox. Ich bin eher der Falco-Spieler. Fox ist mir tatsächlich ein bisschen zu schnell. Und... Dementsprechend werde ich mal kurz die Musik ein bisschen leiser stellen. Die ist mega laut. Ähm, der ist mir ein bisschen zu schnell und gefällt mir auch nicht wirklich. Deswegen, ähm, machen wir ohne Ticket. Weil Falco werde ich auf jeden Fall mitspielen. Abenteuer quer durchs All. Ähm, gut, da muss ich nicht fehlen. Klar. Aber... Au. Äh, wie gesagt, ich bin eher der Falco-Spieler und ich kann mit Fox jetzt nicht so viel anfangen. Wow, Overkill. Leichte Overkill mit der Box. Ähm, ja, ist nicht so mein... Nicht mein Favorite irgendwo. Ich mag's auch nicht, wenn ich gegen ihn spielen muss. Der ist immer so... Äh, der ist so... Äh. So hibbelig. Er ist mega, mega hibbelig. Gefällt mir irgendwo nicht. Ich weiß nicht. Nichts meins. Vor allem sein Smash-Deck ist komisch. Ich krieg sie nicht raus. So ein Mist. Warum krieg ich sie nicht raus? Ich krieg sie einfach nicht raus. Komm schon. Dankeschön. Irgendwo lustig wie auf dem Baseball-Start. Ach. Ach, ach, ach. Ne, ne, ne. Fox ist nicht mein Fall. Ich hab zwar... damals das allererste Starbox gespielt. Star Wing. Aber... Äh, ich bin eher der Falco-Spieler. Ehrlich. Falco gefällt mir mehr. Kann natürlich sagen, dass ich mir angewöhnt bin. Aber... Ach. Ich weiß nicht, nicht mein Fall. Oh, Home Run. Oh, yeah. Sein Purschelstrand sieht ein bisschen komisch aus. Ha. Kann natürlich auch sein, dass ich nicht so auf, äh... nicht so fuchsaffin bin wie andere. Ich glaub, ich bin hier so... avianaffin. Oh mein Gott. Das ist eine riesige Dark Samus. Das kann lustig werden. Das kann lustig werden. Au. Aber theoretisch könnte sie ja... Oh wow, der fliegt so weit nach oben. Oh nein. Oh nein. Das war gut. Nein. Oh mein Gott. Lass mal schön sein, das scheiß Ding. Oh, das sieht aus. Wir gehen nach Haus. Rabin mir, rabin mir, rabin mir, rabum. Je. Ist doch ganz so knapp. Ha. Ja, gut. Das hat sie erledigt. Das hat sie auf jeden Fall erledigt. Au. Ich weiß noch nicht, warum ich Fox nicht so sehr mag wie Falco. Es ist merkwürdig. Ich meine, er ist klar der Anführer und alles, aber... Oh mein Gott. Ich hätte nicht reden sollen. Äh, er ist klar der Anführer und alles, aber... Ich weiß nicht. Nichts in meinem Fall. Wow, wirklich. Du bringst mir erst um und dann bleibst du da stehen. Du bist ein scheiß Ding, weißt du das? Ich werde hier doch irgendwann richtig vermöbeln Dark Simms. Widerlich. 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 Oh nimmer. Noch so ein Typ, der mir nicht gefällt. Großartig. Der war ziemlich starkes in World of Light. Oh. Ich habe mich noch runtergegebeten. Haha. Auch nicht schlecht. Ähm. Ja, ich habe das erste Star Fox damals gespielt. Auf den SNRs. Und... Hab den neuesten Teil auch gespielt. Das war ja auf der Wii U. Ähm, Sakuzero. Und... Ähhhh... Ähhhh... Feiners in Nation gegen Wolf, natürlich. Oh mein Gott! What the fuck? Der rutscht einfach von der Stage runter. What the shit? Oh mein Gott. Ähm, ja, ich weiß nicht, also Leute mögen Star Fox Zero nicht unbedingt. Es ist, es ist auch schwer, muss man echt sagen, es ist auch schwer. Au. Aber, wow, das hat einen Lockback. Mit Falk wäre ich tot gewesen. Ha. Oh mein Gott. Ich geh mir nicht so auf den Piss, Mann. Wow. Ähm. Aber, oh Gott. Der ist so himmelig. What? Der perfekt. Hau ab. Unfassbar. Äh, unfassbar, unfassbar. Na, 8,1. Da enden wir anscheinend drauf. Okay. Bevor wir durchs Bione-Spiel kommen. Aber. Ja. Ähm. Wenn ihr mich fragen solltet, von wegen Gebirge. Neues Star Fox-Spiel kommt raus. Willst du spielen? Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, der springt so. Er springt schnell hoch, aber er fällt so überschnell. Nehm mit. Nehm das mit. Oh mein Gott. Gut, haben wir auch. Super. Runter da. Nehmen wir mit, dieser Zeug. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Das ist einfach Brunnenzeug, was dann gekommen am Ende? Oh, come on. Du fällst, du beschissen, Fox. Raus hier. Neh. Ekelhaft. Mag ich nicht. Mag ich nicht so spielen, Charakter. Der ist merkwürdig. Physikartig. Boah. Ähm. Ja, aber. Ich werde auf jeden Fall, wenn ein neues Star Fox kommen sollte, irgendwann mal. Es auf jeden Fall spielen für euch. Äh. Und für mich selbst auch. Aber momentan. Äh. Why? Momentan sieht es ja nicht danach aus, großartig. Nicht nach dem, was die, ja Resonanz war bei der Community. Au. denn sie war ja nicht zufrieden was echt schade finde jesus machen die angriffe die sonst nicht machen verstehst nicht auch beide daumen gleichzeitig war praktisch da kriegt sie beide gleichzeitig noch mal in die phase oder auch nicht doch ja gut halten fest wow wirklich come on also gemein war ja du dies man schon weg scheinbar beide hände weg ja fox nicht so meinen fall ich bin der falco spieler hat mir das so fest und wenn ich könnte würde ich in star fox auch wahrscheinlich spielen was ja nicht möglich ist leider man muss immer man muss eine fox spielen ich weiß nicht warum ich weiß nicht warum machen mich ein bisschen traurig jedes mal jedes mal 8,1 und ähnlich wie schnell er ist im spiel der fox kommt auch schnell durch den part durch erstaunlich 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 ich weiß nicht warum und genau so schnell kommt dadurch die credits durch wuuhuuu also ich meine genau jetzt da 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 aber ich denke mal ja ich kenne nur glaubt eine person die fox wirklich aktiv spielt eine alle anderen würden eher auf falco zurückgreifen und diese eine person die fox spielt hat sie in vergangenheit auch immer fox genannt bis ich ihn mumu genannt habe und er hat sich umgenannt zwar zum michiru klar unser mumu kollege ähm ja ähm müsste gegen ihn mal wieder spielen es wird wahrscheinlich ziemlich lustig werden jetzt in smash ultimate hm vielleicht irgendwann mal wieder was bekommen wir denn so schickes ah blark äh wieso habe ich da kein credits unten drin stehen komisch was überhaupt das sind credits es ist halt eigentlich das zeichen von wegen ich hab verkackt einmal oder nee komisch egal fox ist durch ich freue mich dann wenn wir drauf äh drauf in der falco spielen dürfen aber beim nächsten mal haben wir erstmal Pikachu vor uns die Pirate die Piraten der Pokémon Ahoy Ahoy mein Captain und vorweg Pikachu kann ich nicht großartig er wartet nicht so viel er wartet so viel wie bei Fox äh ungefähr so aber nicht mehr nicht mehr und nicht weniger also dann hat's rein bis dahin und ciao ciao Radio Damn ich ich nur ich es 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 die ich ich ich